hallo freunde herzlich willkommen zu diesem kleinen video nummer zwei es geht heute um die tipps top tipps was unsere kaufe empfehlungen für den saison start anbelangt und heute geht es mal um ein produkt was wir von garten gemüse kiosk online gekauft haben aus dem online shop des garten gemüse kiosk es geht hier um die multi sparten die gibt es in zwei größen dieses hier ist der kleinere und dann gibt es auch noch mal eine nummer größer der ist dann für die ganz langen wurzeln zum beispiel hier diese rektiven disteln wie die zu verwenden sind ist eigentlich total einfach und ja rückenschonend und so weiter und von daher unsere kaufe empfehlung nummer zwei in diesem jahr zum saison start diese produkte die einfach rückenschonend sind und auch wirklich sehr sehr hochwertig gearbeitet total haltbar und wirklich total äußerst stabil damit kriegt sie sogar eine rose raus okay ohne dass die kaputt gehen und von daher wirklich unsere kaufe empfehlung vom feinsten ist das gerät bzw diese zwei stück die sind nicht ganz billig aber das sind eigentlich die guten garten geräte sind kosten alle ihren kleinen preis und von daher unsere empfehlung nummer zwei multi sparten ich zeige euch jetzt auch noch kurz wie die funktionieren danke dass sie wieder eingeschaltet haben ja ich habe hier gleich mal ein vorführeffekt in unserer wiese das ist eine diesel die ist noch ganz frisch jetzt im frühjahr und hier hatten wir die letzten jahre auch schon ab und zu mal gestochen aber leider scheint die wurzel sehr tief zu sein daher jetzt noch mal der versuch ihre komplett raus und hierfür nehmt ihr einfach den multi sparten schiebt ihn rein mit der spritze hierbei empfiehlt sich natürlich die wurzel ein bisschen zu umgraben von von allen seiten zu lockern damit sie nicht nachher doch noch abreißt und hier seht ihr schon beim dritten mal von drei seiten habe ich sie jetzt schon gelockert jetzt gehe ich noch mal auf die vierte seite und da ist der kawenz man schon schaut auch gerne bei den nächsten teilen von unserer top kauf empfehlung wieder rein vielen dank und bis zum nächsten mal tschüss kommt die、、 dann kommt die vierte seiten sie